Ein herzliches Hallo von mir an euch und willkommen zurück zur neuen Folge der Demo The Diner at the End of the Galaxy. Ich bin gespannt, was hier noch so passiert. Ich krieg das gerade mit dem Mitarbeiter-Management noch nicht so gut hin. Ich bräuchte noch einen Koch, aber... Ähm... Ich hab kein Geld für noch mehr Angestellte. Der sitzt auch schon seit drei Jahren hier, der Mann. Ich weiß auch nicht, ob zwei Köche an einer Kochstation arbeiten können. Ich meine, der wäre gar nicht so schlecht. Der hätte drei Kochen. Der hätte zwei Sterne im Kochen. Ja, wir probieren das jetzt. Und, glaub ich, auch gerade keine... ...eine Mitarbeiter im Service. Kann ich denn noch irgendwelche anderen Gewichte machen? Ich hab das Buschwohnen und Kamoti. Ich hab das Buschwohnen und Kamoti. Ich habe da kein Spiel. Ich muss einfach mal kaufen. Das Spiel. Ich muss das Spiel in Kamoti-Soup. Ich weiß es nicht. Wir können es da mal mit anbieten. Machen wir alle Pause. Weil hier sind eigentlich Server sind genug unterwegs, aber der Koch macht nix. Warum kocht der Koch nicht? Es wird schwer so Pack aufzubauen, wenn wir einfach niemand kochen. Ist das jetzt kaputt, weil ich umgebaut habe? Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin mir nicht so sicher, ob das hier gerade noch richtig funktioniert. Die kochen alle nicht. Die laufen bloß rum in der Küche. Die laufen bloß rum in der Küche. Ich weiß nicht, die machen nichts mehr. Dann habe ich es kaputt gemacht. Noch immer mehr Minus. Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Oh, okay. Ich habe es kaputt gemacht. Ich habe es kaputt gemacht. Ich habe es kaputt gemacht. Ich weiß jetzt auch nicht so richtig. Wenn das jetzt hier hängt, dann ist das halt Mist. Ach so, ich sollte den Film um 5 erhöhen. Da ich ja schon was hatte. Toll. Das ist jetzt hier auch wieder weg. So, ihr könnt auf jeden Fall jetzt hier nichts mehr bestellen. Ich habe es so, ich habe keine Angestellten, die was machen. Ich habe es kaputt gemacht. Ich habe es kaputt gemacht. Ich habe es nicht. Ich habe es kaputt gemacht. Wir suchen uns jetzt einfach einen Capitan. Untertitelung des ZDF, 2020 Er hat gleich nicht genug Fuel. Wir schicken die trotzdem los, also weiß nicht, ich glaube das ist hier gerade, es funktioniert alles nicht mehr. Ich habe schon sehr lange kein Geld Geräusch mehr gehört. Ich habe meine ganzen Angestellten jetzt auf Expedition geschickt. Kann jetzt auch nichts mehr werden. Gut, also ich glaube ich habe die Demo kaputt gemacht. Ich meine, wir können auch gerade nichts bestellen, weil ich das Ding abgerissen habe. Aber wir bedienen ja eh keine Kunden. Äh, Emergency Rescue Service. Wir haben kein Benzin mehr, das habe ich schon gesagt. Okay, die holen jetzt irgendjemanden für Notfallbetankung. Was kostet mich das denn, wenn ich die rufe? Ah, ich rufe hier. Achso. Ah, wir riskieren es. Okay. Oh. 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 Oh, nee, ich arbeite noch mal zum Ball, wo es ganz frisch ist. Ich lasse es jetzt einfach laufen. Ich weiß nicht, soll ich... Das wird nur dauern, also... Waren wir bei drei Fame, als die Quest angefangen hat? Brauchen wir noch zwei. Ich habe auch 28 Fleisch. Ja, warte mal, kriege ich das? Ähm... Ich habe mal das Rezept. Oh. Okay. Schade. Eventuell war das jetzt quasi zeitgebunden, die Demo. Eine Stunde vielleicht? Hm. Schade. Gut. Ähm. Dann... Ja. Ich weiß nicht, warum zwischendurch nicht mehr serviert wurde. Vielleicht hatten wir... Weil wir mehrere Küche angestellt hatten. Und nur eine Kochstation. Oder... Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was genau das Problem war. Aber... Gut. Wir haben die Demo gespielt. Grundsätzlich finde ich das ganz cool. Aber es ist noch ein bisschen... Unklar manchmal. Warum was nicht geht. Also für mich. Vielleicht wisst ihr die Antwort. Sagt es mir gerne in den Kommentaren. Äh... Ja. Danke fürs Zuschauen. Äh... Mir bleibt jetzt nichts anderes übrig, als euch noch einen schönen Tag zu wünschen. Und... Wir sehen uns bestimmt demnächst hier wieder. Wenn ihr Lust habt. Äh... Habt jetzt noch einen schönen Tag. Macht's gut. Und... Bis zum nächsten Mal. Bye bye.